Im Urlaub in die Vergangenheit reisen, das geht tatsächlich und zwar in einem sehr speziellen Hotel in Italien, das aus so einem ganzen Dorf besteht, inklusive der Einwohner. Dafür wurde ein bereits totgeglaubter Ort wieder zum Leben erweckt. Auferstanden aus Ruinen. Wir zeigen Ihnen jetzt ein wirklich faszinierendes Hotelprojekt. 50 Jahre lang war dieses abgelegene Dorf in den italienischen Abruzzen verlassen. Ein verfallenes Geisterdorf. Jetzt ist es ein ganz besonderes Hotel. Nicht nur ein einzelnes Gebäude. Das halbe Dorf gehört dazu. Etwa 10 Millionen Euro hat der Umbau des ehemaligen Lost Place zu einem Dorfhotel gekostet. Und man ist ganz ohne Neubauten ausgekommen. Das Alte sollte überall so weit wie möglich erhalten werden. Alles wie in der guten alten Zeit. Mit den Touristen sind auch wieder normale Einwohner zurückgekommen. Sie haben die verfallenen Häuser ihrer Familien instand gesetzt. Die Mission der Hotelbetreiber? Das Dorf soll wieder leben. Die Hotelgäste sollen mit den echten Einwohnern Tür an Tür leben. Und die alten italienischen Traditionen kennenlernen. Zum Beispiel bei einem Backkurs. Zwei Tage zuvor. Wir machen uns auf nach Santo Stefano di Sessanio. Wir wollen wissen, wie lebt es sich dort als Gast. Zuerst geht es wie bei jedem Hotel an die Rezeption. Sie ist in einem ehemaligen Viehstall. Hoteldirektorin Nunzia gibt uns den Schlüssel. Den wahrscheinlich größten der Welt. Nunzia werden wir später treffen. In diesem umgebauten Schuppen sind unsere Zimmer. Die wollen wir natürlich als erstes begutachten. Der frühere Schuppen ist heute eine Suite mit Wohnraum und zwei Schlafzimmern. Etwa 500 Euro kostet sie pro Nacht. Aber von Luxus keine Spur. Es fühlt sich hier drin an, als wäre man in der Vergangenheit gelandet. Fernseher, Radio oder Minibar? Das nicht. Auch Kunststoffgegenstände sucht man vergebens. Selbst die Lichtschalter sind so wie früher aus Porzellan. Ein paar Dinge kommen uns komisch vor. Z.B. das Duschgel. Irgendwie so flockig, als wäre es schlecht geworden. Fast kaputt oder wie sagt man? Ja, kaputt. Ja, kaputt. Stimmt schon. Guck dir mal das Bett an. Was ist das denn? Wir schlafen auf einem Holzbrett. Kein Lattenrost und nix oder was? Nein. Das ist ja hart, oder? Ja, 500 Euro. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Denn die Matratze ist nicht viel weicher. Aber das ist noch nicht alles. Seht ihr hier irgendwo eine Heizung? Nirgendwo. Das wird schweinekalt hier nachts. Wir sind auf 1500 Metern Höhe. Na, das wird ja eine echte Zeitreise. Unser Hoteldorf ist nicht das einzige in Italien. Es gibt etwa 80 davon. Diese Art von alternativen Hotels hat auch einen Namen. Albergo di Fuso. Übersetzt verstreutes Hotel. Eben weil das Hotel auf viele Gebäude verteilt ist. Wichtigstes Merkmal? Ein Albergo di Fuso wird nicht neu erbaut. Es besteht aus alten Gebäuden, die man dafür renoviert. Sie müssen in einer Altstadt liegen und dürfen höchstens 300 Meter voneinander entfernt sein. Die baulichen Veränderungen sollten so gering wie möglich bleiben. Neubauten sind nicht erlaubt. Die Idee kam in den 70er Jahren auf, als viele abgelegene Dörfer in Italien nach Erdbeben oder wegen fehlender Arbeitsmöglichkeiten von den Einwohnern verlassen wurden. Im Moment werden die Albergi di Fusi aber zum Tourismus-Trend. Sogar große Reiseveranstalter planen, ein verfallenes Dorf wieder aufzubauen. Unser Albergo di Fuso will aber noch mehr bieten als andere. Die Gäste sollen das echte Italien von früher kennenlernen. Financier und Besitzer Daniele Kielgren hat sogar noch höhere Ziele. Er hat fast sein ganzes Erbe in das Hotelprojekt gesteckt und hatte damit auch finanziellen Erfolg. Im Moment ist er als Entwicklungshelfer in Afrika. Darum können wir nur mit ihm skypen. Ich glaube, dass es wichtig ist, zu zeigen, dass man mit einem solchen Kulturprojekt auch Geld verdienen kann. Wir alle, egal ob Italiener, Deutsche, Amerikaner, Engländer oder Japaner, wir denken nämlich immer, dass Wirtschaft und Kultur zwei total verschiedene Dinge sind. Aber das stimmt überhaupt nicht. Und dann kommt es mir darauf an, auf ethisch richtige Weise Geld zu erwirtschaften. Wenn Daniele nicht da ist, ist Nunzia hier der Boss. Obwohl sie bis vor kurzem keine Ahnung von der Hotellerie hatte. Nunzia war Wissenschaftlerin in einem Museum. Weil sie sich mit Geschichte auskennt und hier aus den Bergen stammt, hat ihr Hotelbesitzer Daniele den Job als Chefin angeboten. Ihre wichtigste Aufgabe, darauf zu achten, dass alles möglichst authentisch ist und bleibt. Genau wie früher. Bis hin zum richtigen Raumduft. Das hier ist eigentlich ein Geheimnis unseres Hotels. Bevor ein Gast ankommt, benutzen wir dieses spezielle Raumspray, das wir extra entwickelt haben. Es riecht nach Kaminglut und Citrusfrüchten. So hat es hier früher gerochen. Weil die Menschen früher Zitronenschalen ins Feuer geworfen haben. Als natürliche Raumbeduftung. Das Spray ist ohne Chemie. So wie alles andere hier auch. Wie ihr seht, haben wir wirklich auf jedes kleine Detail geachtet und bei jedem Teil und jedem Produkt genau recherchiert. Unsere Seifen sind genauso hergestellt worden, wie es die Hausfrauen früher gemacht haben. Aus Bienenwachs und Olivenöl. Ohne Emulgatoren, ohne künstliche Duftstoffe. Das gilt natürlich auch für die flüssige Seife. Das erklärt das scheinbar verdorbene Duschgel. Es ist nicht kaputt. So sehen Seife oder Shampoo ohne Chemie eben aus. Auch die Hotelbetten sind ganz bewusst so wie von früher. Hart und mit Wolldecken, in denen zwei Monate Handarbeit steckt. Die Betten waren früher aber nicht nur härter, sondern sehr hoch, wie ihr seht. Damit sich bei den ärmeren Leuten das Vieh darunterlegen konnte. Das wirkte dann von unten wie eine Heizung. Und weil die Leute damals auch kleiner waren, haben sie diese Holzstufe benutzt, um ins Bett zu steigen. Das kann bei uns der Gast auch machen. Nunzia zeigt uns ihre Lieblings-Suite. Denn hier sieht man besonders deutlich, wie die Menschen früher gelebt haben. Hier könnt ihr zum Beispiel die schwarzen, verrusten Wände sehen, die für die Gegend typisch sind. Denn hier haben früher ja alle mit Kaminen geheizt. Wir haben sie schwarz gelassen, obwohl wirklich alle sagten, wir sollten sie unbedingt weiß streichen. Eine andere Sache bei unserer konservativen Restaurierung sind die kleinen Fenster. Auch die haben wir so klein gelassen. Man hatte die früher so klein, weil wir ja in den Bergen sind und es sehr kalt wird. Das einzig neue Element, wie ihr seht, diese Design-Badewanne. Sie ähnelt einem alten Waschbottich. Die teuren Design-Badewannen in den Zimmern sind aber nicht der einzige Luxus, den wir beim genauen Hinschauen entdecken. Es gibt edle Armaturen, minimalistische Design-Lampen und zur Erleichterung unseres verfrorenen Teams überall Fußbodenheizung, selbst in diesem ehemaligen Schafstall. Auf dem Boden, ohne Fußbodenheizung, für 150 Euro die Nacht. Ich glaube nicht, dass hier eine Fußbodenheizung runterliegt. Wie du glaubst, nicht? Doch, doch. Also mir haben die erzählt, die haben alles angehoben, Fußbodenheizung druntergelegt und dann den Originalboden wieder draufgelegt. So ist das. Deswegen 150 Euro die Nacht. Wir entdecken auch die gut versteckten Regler dafür. Also ist doch nicht alles komplett so wie vor 100 Jahren. Sonst würden wohl die Gäste wegbleiben. Am besten kommt unser Projekt bei nordeuropäischen Touristen an, bei Engländern und auch bei Deutschen. Bei Italienern schon auch, aber von denen kommt öfter Kritik, zum Beispiel an den harten Betten. Aber wer hierher kommt, kennt ja eigentlich unser Konzept. Wenn man allerdings ein normales Hotel mit typischem Luxus erwartet, wie Minibar und Fernseher, dann wird man natürlich enttäuscht sein. Aber das kommt zum Glück nur selten vor. Besonders stolz sind die Hotelbetreiber darauf, dass dank der Albergo Diffuso wieder viele echte Einwohner im Dorf leben. Wir machen uns auf die Suche nach ihnen. Und stoßen auf dieses Café. Die Betreiber wollen uns unbedingt zeigen, wie man in der guten alten Zeit Kaffee getrunken hat. Bevor überall Vollautomaten aus Edelstahl auftauchten. Die braune Creme ist mit Kaffee aufgeschlagener Zucker. Damit werden die Tässchen ausgestrichen. Darauf gießt man handgemahlenen Espresso. Obendrauf sehr süße Schlagsahne. Kein Milchschaum. Wir fragen Kaffee-Besitzer Massimiliano, was er von der Albergo Diffuso hält. Toll ist das. Unser mittelalterliches Dorf war komplett vergessen, bis die Touristen gekommen sind. Erst durch sie ist es überhaupt wieder möglich geworden, hier eine Arbeit zu finden und in so einem kleinen Dorf zu leben. Valeria zeigt uns in ihrem Wollladen, wie sie Schafswolle mit Wein aus der Gegend rot einfärbt. So, wie es hier seit Jahrhunderten gemacht wird. Auch sie ist vom Hotelprojekt begeistert. Kein Wunder, sie hat ihren Umsatz in den letzten Jahren verzehnfacht. Und sie mag die Touristen, die hierher kommen. Der Tourist, der unser Dorf besucht, ist ein Tourist, der auf jeden Fall unseren Alltag kennenlernen will. Und manchmal ist er sogar bereit, sich richtig in unser Leben einzufühlen. Sich wirklich ins Leben einfühlen. Genau das wollen wir jetzt auch. Schafskäse und Wolle waren hier früher die wichtigsten Einnahmequellen. Und Schäfer ist immer noch ein angesehener Beruf. Darum gehört zum Programm des Hotels ein Besuch beim Dorfschäfer Mimi und seiner Familie. Für ihn ein guter Nebenverdienst. Es ist eine sehr harte Arbeit. Es gibt keine Feiertage, keine Feiertage, nichts. Du musst dafür geboren sein, sonst kannst du die Arbeit unmöglich machen. Es sieht für dich vielleicht leicht aus, aber das ist es nicht. Es ist fast schwieriger als Arzt zu sein. Oh Mann! Das merken wir beim Schafemelken. Melch kommt erst nach etwas Euter-Massage von Mimi. Ah, ich kann's. Bald hat das arme Schaf aber genug. Am Ende reicht die Milch immerhin für einen kleinen Schafskäse. Dafür gibt die Schäfersfrau Lab in die erwärmte Milch. Ein natürliches Enzym, das die Milch zum Gerinnen bringt. Nach einer Stunde Arbeit ist der Käse aus unserer selbst gemolkenen Milch fertig. Schmeckt noch brav. Direkt danach geht's zum Hotel Backkurs in eine original wiederaufgebaute Küche. Kursleiterin Gabriela ist auch fürs Hotelfrühstück zuständig. In Backkursen zeigt sie Gästen, wie man das typisch italienische Ladenbrot Focaccia macht. Dabei ist es gar nicht so schwer. Der Teig besteht nur aus Mehl, Wasser, Hefe und jeder Menge Olivenöl. Auch in Deutschland ist Focaccia inzwischen sehr beliebt. Das dünne Fladenbrot war in früheren Zeiten aber nur ein Test, ob der Holzofen schon heiß genug für richtige große Brotleibe war. Focaccia war also genau genommen nur eine Art Nebenprodukt dieses Tests. Nach nur 20 Minuten Backzeit sind unsere Focaccia fertig. Die Kursleiterin ist zufrieden mit uns, behauptet sie zumindest. Was sagst du von unseren? Sehr schön. Sehr schön. Nur höflich oder einfach? Nur höflich, ja. Sie sind auch in Cevita? Nein, nein, Sie sind schon wieder. Nein, nein, sie ist ehrlich. Die Arbeit ist für mich so positiv, weil man hier in Ruhe und Frieden leben kann. Es ist keine stressige Arbeit. Man steht hier zum Beispiel nicht im Stau wie in der Stadt. Das ganze Leben verläuft angenehm und ruhig. Ein Leben so ganz anders als bei den meisten von uns. Unser Eindruck nach zwei Tagen Zeitreise im ehemaligen Geisterdorf. Hier werden zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Denn es profitieren alle. Einwohner und Hotelgäste. Sogar unser anfangs skeptischer Tonmann ist überzeugt. Sebastian, jetzt ganz ehrlich, ohne zu lügen, wie war es denn? War super. Ich habe gut geschlafen, trotz des harten Bettes. Ich habe den Fernseher nicht vermisst und ich habe super gut gegessen. Das ist ein anderes Hotel. Und es gibt Fußbodenheizung. Glückwunsch. times